Wenn Sie Ihren Schläger eingesprüht haben und Sie merken, dass die Kontakte viel zu sehr an der Hacke sind, kann es sein, dass Sie einfach zu nah dran stehen. Versuchen Sie mal folgendes. Nehmen Sie doch Ihr ganz normales Setup ein und kurz bevor Sie schlagen wollen, gehen Sie ein kleines bisschen weiter weg. Ich weiß, das fühlt sich erst einmal komisch an, aber diese Veränderung, die alleine, die kann schon dafür sorgen, dass die Kontakte viel mehr in der Mitte der Schlagfläche sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017